Hallo und herzlich willkommen auf Gutscheinrausch.de. Wir zeigen euch heute, wie ihr einfach hier einen Kero-Gutschein von uns einlösen könnt. Dafür ist es erstmal erforderlich, die Kero-Gutschein-Seite bei uns zu besuchen. Und hier im oberen Bereich werden gleich unterschiedliche Aktionen angezeigt. Derzeit gibt es zum Beispiel 5 Euro Rabatt plus eine portofreie Lieferung. Und dafür müsst ihr erstmal auf die Schaltfläche Gutscheincode anzeigen und Shop öffnen klicken. Es öffnet sich daraufhin ein neues Fenster mit einigen Details zur Gutscheinaktion. Hier oben kann man sich direkt den Code an sich kopieren, indem man hier auf diese Schere klickt. Darunter gibt es Informationen zur Gültigkeit, zum Mindestbestellwert, Bedingungen werden angezeigt, sowie die Einlösehinweise. Und im anderen Tab hat sich nun bereits die Internetseite von kero.de geöffnet. Und es liegt natürlich nun bei euch Artikel in den Warenkorb zu legen, die euch interessieren. Daraufhin müsst ihr hier unten auf zur Kasse klicken. Ich habe hier bereits etwas vorbereitet. Ihr müsst euch dann erstmal anmelden bzw. registrieren. Im ersten Schritt wird dann noch die Zahlung festgelegt bzw. hier im zweiten und im letzten Schritt unter Bestellung wird hier dann nochmal alles angezeigt, was ihr bestellt. Und ihr könnt dann hier in das Textfeld bei Vorteilsnummer klicken, einen Rechtsklick machen, auf Einfügen klicken und mit dem Klick auf OK kurzerhand bestätigen. Hier wird nun noch angezeigt 5 Euro Sofortrabatt plus portofreie Lieferung ab 20 Euro Mindestbestellwert. Und das sehen wir hier unten rechts und auch die Versandkosten sind 0 Euro und die Gesamtsumme hat sich hier reduziert auf nun nur noch 34,90 Euro. Und so einfach ist es möglich mit unserem Kero Gutschein etwas Geld bei der nächsten Bestellung zu sparen. Das war es von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.